Guten Abend. Brief eines zukünftigen Chefs der Deutschen Bahn AG auf Fragen von Stuttgarter Kindern zu Stuttgart 21, nachdem die Arbeiten schon ein bisschen vorangeschritten sind. 15. September 2027. Liebe Kinder, vielen Dank für euren Brief. Als Chef der Deutschen Bahn AG kann ich es gut verstehen, dass ihr euch fragt, wann unsere Baustelle in Stuttgart fertig sein wird. Wir fragen uns das schon seit vielen Jahren. Baustellen sind nicht schön, aber notwendig. Wenn wir fertig gebaut haben, dann könnt ihr in 28 Minuten von Stuttgart nach Ulm fahren. In Erlebniszügen, in denen ihr auf Schatzsuche nach funktionierenden Toiletten gehen könnt. Winters könnt ihr dem Lokführer beim Bremsenauftauen zuschauen und im Sommer an den Auslassöffnungen der Klimaanlage Würstchen können. Oder ihr fahrt für 70 Euro in 8 Minuten zum Flughafen und schaut euch den Glacier Express an. Das ist der Autobahnstau München-Hamburg. Und Glacier Express heißt er, weil man dort im Juli noch Fahrzeuge mit Skiern auf dem Dach stand.